Hallo meine Lieben, Willkommen zurück zu einer neuen Folge Immortal Phoenix Rising. Ja, ich muss jetzt mal dazu was sagen. Ich habe das Spiel, während ich Skyrim gespielt habe, mal angefangen. Ich habe so ungefähr sieben Folgen aufgenommen und dann bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen, hier weiterzumachen oder ich hatte die Zeit nicht dazu. Ja, und jetzt bin ich, haben wir, was haben wir jetzt? Wir haben Januar 24 und wieder klarkommen hier mit den Dustin. Und ja, ich habe dabei schon Witsche angefangen und habe mir gedacht, jetzt muss ich doch mal hier ein bisschen, ein bisschen weitermachen. Ja, und hier sind wir eigentlich in der letzten Folge hier stehen geblieben. Wir müssen dieses Rätsel hier lösen, um das hier zu bekommen. Also Teile der Schwingen. Also steht ja schon da oben. Das ist eine Art Herausforderung, die wir hier machen müssen. Ja gut, dann schauen wir mal uns hier um. Also was zusammenkloppen und hier ist sogar was. Quatsch. Hopp. Jetzt schauen wir erstmal da rum da, oder? Oder erstmal hier hoch. Kann ich hab da so'n Hegel. Kann man denn schon aktivieren? Jo, den kann man aktivieren. Okay, da läuft eine Zeit ab. Tick, 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 tick. Okay. Ja, Stier, Stier. Wie, äh, tue ich jetzt hier nochmal sprinten? Ah ja. Hier haben wir auch noch was. Oh, das ist wahrscheinlich so eine Barriere, oder was? Und da ist eine Leuchte da rot und da oben, was ist da oben? Hat das was damit zu tun? Ich hab keine Ahnung. Wir werden es aber rausfinden. Nee, 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 nee. Ich guck mal hier rüber. Wir wollen uns hier mal umgucken. Hoppala. Pilsi. Ein Pilsi. Okay, ich glaub da unten, das haben wir schon gemacht. Hoppala. Hier, lass mal los. In der letzten Folge. Aber ich guck grad eben nochmal runter. Um sicher zu sein. Ja, das haben wir hier aufgemacht. Da haben wir was rausgeholt. Da brauchen wir jetzt nicht mehr rein. Hopp. Okay, ja, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Da unten war ich, war ich allerdings, glaub ich, noch nicht, aber das ist, was haben wir denn da unten, oder ist, Moment, ich muss erst mal gucken. Ein riesiges Tor. Nee, da kommen wir jetzt erstmal nicht durch. Na, 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 bleib du da. Ich weiß zwar jetzt gar nicht mehr genau, für was das jetzt war, dass wir hier zerschlagen haben. Na, guck an. Hier sind überall Steine. Interessant. Ja, hier wollte ich sowieso, und da, da drinnen ist nämlich so ein leuchtender, leuchtende Kugel, die wir brauchen, für unsere Rechen. Keinen Weg gibt sie zu durchbrechen? Ja, gibt es wohl. Und jetzt? Jetzt können wir das hier... Nee, nee, lass mal. Oh, wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Eins. Aha, steckst du fels. Mit X kannst du... Oh, toll. Mit X? Toll. Mit X kann ich hüpfen. So schnell habe ich das jetzt nicht gemerkt, oder gecheckt, dass da was steht. Da kann ich jetzt aber nichts machen. Die können wir bestimmt hervorziehen, hier, diesen... Würfel. Oha. Das ist uns auf den Kopf gefallen. Die Kugel. Das ist natürlich nicht so cool. Okay, dann latschen wir mal hier rüber. Oh, bin ich stark. Guckt euch das an. Wenn das auch im wahren Leben so wäre... So, wo müssen wir die... Die müssen wir hier rein klatschen. Wie muss ich jetzt loslassen? Nee, nee, ich will nicht werfen. Sprinten fallen lassen. Bluff. Okay, da sind wir schon richtig. Okay, einmal zurück. Ich muss mal gucken, ob da noch was anderes war. Aber hier sind ein Haufen Steine, für was die Steine jetzt wohl sind. Nee, das war das Einzige. Oder wir können... Können wir hier... Vielleicht können wir hier noch weiterschieben. Wir können aber nur schieben, ne? Rausziehen können wir es nicht. Weiter geht's nicht, okay. Weiter geht's nicht. Aber hier tut sich nichts mit dem Tor. Nein. Hopp, hopp, hopp. So rumsliden. Okay, die nächste Kugel ist natürlich da oben. Da müssen wir aber schnell... Da sehe ich noch eine. Und da sehe ich auch noch eine, oder? Werde ich mich jetzt da... Moment, da schauen wir jetzt... Da klettern wir mal... Klettern wir mal hoch. Und gucken uns das mal an hier. Hopps. Wir hüpfen, Medi. Hüpfen. Ah ja, wir können hier hochklettern. Sehr schön. So, erstmal die Ausdauer. Ne, das ist ein Pils. Achso, ich dachte, das wäre eine Kugel. Ja. Leider nicht. Mal gucken mal hier auf dem Dach rum. Aber hier ist auch was. Hier war man nämlich auch noch nicht. Toll. Eine Barriere. Ah, hier müssen wir irgendwas rein. Moment. Das würde einfach vielleicht ein Stein nur drauflegen. Aber da tut sich nix, oder... Was hat das jetzt für einen Nutzen? Komisch. 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 So, laufen wir hier außen rum. Wir gucken mal hier. Okay, da können wir ja erstmal nix machen. Das ist immer die falsche... Ich schicke immer die falsche Taste. Jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen. Aber hier gibt's noch mal Pilze. Was ist das hier? Drüben leuchtet der komische Kelch, oder was auch immer das ist. Ähm, jo. Und hier kann man auch was reinstopfen. Aha, okay. Ja, gut. Dann denke ich mal, dafür sind die Steine hier. Schauen wir mal. Nehmen wir hier mal einen mit. Oh, das ist ein schwerer Brocken. Ich hoffe, der klatscht jetzt nicht auf meinen Kopf. Hopp. Nee, wir können nicht... Hüpfen kann man nicht. Äh, wir werfen ihn, oder? Wir werfen ihn. Ui, das war jetzt nicht... Ist ja weit. Ah, das könnte sein, dass das mit dem anderen Kelch da zu tun hat. Aber der fällt uns direkt auf den Kopf, oder? Aber der ist nicht richtig drauf, oder? Tja, das sieht so aus, als ob wir da stehen müssen. Keine Ahnung, warum der Stein jetzt hier keine... Also nur wenn ich selber draufstehe, dann geht's. Also da bringt der Stein jetzt nix. Okay. Jetzt gucken wir mal. Nein, 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 höpft doch! Was tust du? Ich seh nix. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Dann müsste... Gucken wir mal hier, ob das das ist. Aber wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das bloß funktionieren? Ich check das jetzt noch nicht so ganz. Vor allem, weil wir da selber draufstehen müssen, ne? Wird das jetzt schwierig werden, weil hier den Stein jetzt draufgelegt... Das bringt überhaupt nix. Aber das öffnet sich auch nicht, selbst wenn ich da draufstehe. Das ist die Barriere dazu. Tja, das... Lass mal los. Komm. Oh, das war wieder knapp. Mein Kopf war wieder im Weg. Fast. Und hier ist... Hier ist auch... Es sind sogar zwei drin, oder? Sehe ich das richtig? Da hinten... Es sind nicht irgendwelche Pilze. Und hier ist eins. Das schauen wir uns doch mal an. Aber hier kommen wir nicht rein. Ja, dann müssen wir eigentlich rein hier. Da müssen wir außen rum, wenn ich hier nicht durchkomme. Boah, das schaffe ich doch gar nicht. Also einmal hier rumspringen und hier dann auf der einen und anderen Seite durch. Na komm, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Oh, machen wir jetzt. Okay, das ist... Das ist geglückt. So, aber hier runter wahrscheinlich. Ähm... Was ist das denn? Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Wir müssen die Kugel hier erstmal rausbringen. Und wieder machte die... Das Gitter zu. So, die nächste haben wir jetzt schon mal die Kugel. Die nächste Kugel, hopp. So, einmal gucken, wo müssen wir die hin? Hier hin. Oh, nee. Ja, jetzt fehlt uns die eine da, die wir noch holen müssen. Und die hier. Und die hier. Schieb, genau, schieb mal den Stein rum. Aber wie ich die hier rauskriege, das, ja, das weiß ich noch nicht. Und die hier ebenfalls, das schauen wir jetzt mal, wie wir das hier am besten machen. Sobald ich das jetzt hier raushole, dann wird es sicher nicht... Ah ja, okay, hier können wir trotzdem durch, sehr gut. Okay, die nächste, die muss... Naja, wir können uns jetzt aussuchen, wir nehmen die hier jetzt. Und die letzte hier hin. Okay, gut. Jetzt haben wir es gleich geschafft. So, wo war denn das, wo ich jetzt da oben weich wäre? War ich da oben? Da oben weich, oder? Ne, da geht es ja zum Dach hoch. Was ist denn da unten eine HP, oder? Ja. Hey, wo war denn das? So, schon kenne ich mich nicht mehr aus. Oder war das... Ah, vielleicht unten. Es kann sein, dass es auch hier unten war. Ne, da haben wir ja die eine rausgeholt, Zifix. Was muss ich denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Wir haben uns ja auch so ähnlich wie hier... auf so ein Podest draufstellen müssen. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Ah, ich verstehe das nicht. Ja, da fehlt wahrscheinlich das andere, aber ich kann... Ich muss mich ja hier selber draufstellen. Ich kann hier nicht einen Stein draufklatschen. Warum das nicht geht, weiß ich nicht, normalerweise... Dachte ich zumindest, dass hier... Deswegen so viele Steine hier rumliegen, um genau das tun zu können. Und wo das andere jetzt... Ja Gott, wo ist denn das andere? Wo war ich denn da? War mal hier oben vielleicht. So, dann schauen wir mal. Kann schon sein, dass wir hier oben waren. Ja, hier oben ist es. Und da ist irgendwas auf dem Dach, das bling bling macht. Das holen wir uns später. Ja, das gleiche ist ja hier. Wo ich mich draufstellen muss. Aber hier... Diese Barriere öffnet sich nicht. Hä, wie geht das mit dem Abschießen? Kann sich vielleicht draufklatschen? Nö, das bringt jetzt gar nichts. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. So, da ist eine Kiste. Also ich glaube, das hat jetzt mit dem da unten nichts zu tun. Aber da muss man wahrscheinlich noch irgendwas anderes machen. Komm, das holen wir uns jetzt da drüben. Komm ich da überhaupt drüber? Ah, das machen wir nicht. Mal wirklich, wenn wir hier fertig sind. Das macht mehr Sinn. Hopp. Wo holt ihr? So, tun wir doch mal den Stein hier weg. Der bringt ja hier nichts. So probieren wir es. Ah, vielleicht muss ich durch das... ...feuer hier? Ah, ja. Aha, okay. Hupsi. Hupsi. Das wollte ich nicht. Aber jetzt kriegen wir das... ...ein gutes Stück, was wir wollen. Hoffe ich doch jedenfalls. Ähm... Ist das jetzt nur nicht fertig, oder wie? Ich glaube, wir müssen hier einmal die Hand dranstecken. Oh, zieh raus, Dion. Ah, ja. Ah, ja. Hm. Willkommen auf der Goldinsel. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen. Möge ich dich wiedersehen. Die Schwingen von was? Achso, die hat sich jetzt aufgerufen. Wo sein Sohn zu verlieren. Ich habe das Flügelstück und Aeolos Krug aus dem Tartaros. Nun muss ich diesen Fremden beim Observatorium finden. Ah, stimmt. Was? Ich habe Icarus nicht getötet, sondern Daedalos Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalos jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Phoenix findet es heraus. Irgendwann. Okay, dann können wir uns vielleicht... Jetzt muss ich wieder echt stark überlegen, wo war denn das? Ich kann mir das nicht merken. Es muss doch da oben sein. Gott, bin ich verwirrt. Gott, bin ich verwirrt. Was ist das hier? Das haben wir doch jetzt hier alles gemacht. Hier links, nebendran. Nein, ich bin falsch gelaufen. Hopp. Hoch mit dir. Ja, genau. So, dann schauen wir mal, ob ich das hier auch inzünden kann und können wir uns die Kiste da holen. Ah, das ist wieder was schwierig. Ich weiß nämlich nicht. Ne, das muss irgendwas anderes sein. An das Ding kommen wir hier jetzt erstmal nicht ran. Keine Chance. Vielleicht müssen wir erst was anderes machen. Das kann nicht sein. Das kann sein, das hat uns ja irgendwie hier hingezeigt. Wir müssen wahrscheinlich da hoch. Wieder sind noch Pülze. Stopp, wartet mal kurz. Aber hier ist nix wie... Aber ich kann hier auch klettern an der Wand. Aber hier wird meine Ausdauer, die wird niemals reichen, ne? Und hier ist auch noch so ein Teil. Guck, da ist doch der Zwerch. Okay, ich... Ja, wir machen aber in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weiter. Okay, meine Lieben. Wenn ihr Bock habt, dann schaut doch gerne in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht es gut. Tschaui.